Es kann dauern, das ist das Team hier nämlich gewohnt. Weihallo. So. Ja, der Mantel, den probier ich nochmal selbst an. Der hat so einen adeligen Mantel aus Ichgard, ne? Boah, ist das ein bisschen. Oh. Ähm, also bei der nächsten Szene steht bei, dass ich etwas großes anbahne und die Szene, für die soll man sich mehr Zeit nehmen. Also geh ich da jetzt erstmal nicht rein. Ja, da geh ich jetzt nicht rein. Aber ich kann ja mal den... Irgendjahr. Wie wird er denn? Der Amerik-Programm-Inventar. Shit. Dann bekomm ich die nach der hier. Die bekomm ich erst hier nach. Nach der Szene. Ob ich meine Hose noch schwarz färben soll, richtig? Ist voll cool, dass man jetzt so die kleine Festung von Leo-Vat penkampft. Naja, ich find's nicht cool, ich find's verwirrend, da sind so viele Ausgänge. Ich kann das nur, wenn ich da irgendwie bei einem Punkt lande und seh, dass du bist der nächste. Wenn da verschiedene sind, dann kommt ich nicht mehr. Also, ich wär soweit. Hm. Ich fülle den Zehn. Ich fülle den Zehn und den Zehn. Ich fülle den Zehn. Okay, kann ich Lead haben? Äh, die ist mein ich, ne? Ja, fehlt! Äh, ist rot nennst du? Da oben, nach Hilfeordnungen wissen, geht gar nicht. Komm einladen. Oder laden, Strevel und, okay, oder? So lange da jetzt kein Fritz Blitz oder sowas reinkommen. Ah, ich geh mal Mini-Grüxel. Naa, die sind ja inni. Der ist inni. Schattel und Mavis holten mit. Was mit live? Live meldet sich nicht. Ja. 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 Ja, hat sich erledigt. Ich glaub ich mach mir grad Feinde, Tobi. Da war so... Ariz richtet 6 Stunden das Haus ein und dann komm ich daher und sag dass das scheiße aussehen. Das ist doch nur ehrlich. Ja. Na, es sieht nicht alles scheiße aus, aber das meiste. Doch. Man kann das machen, doch. Das ist nur Ariel. Ariel. Kurz vorm. Da ist doch Ares Uriel, oder? Ja. Kurz vorm Ariel. Sag mal, Lilith, warst du wirklich dabei, wo ich die Szene da gedreht habe? Ja, deswegen sag ich, wir haben uns erst vor ein paar Tagen gehört. Ja, weil ich meine, du warst dabei, ich hab dich aber nicht aufgeschrieben. Ich war ganz oben auf dem Bennu. Ja, ich musste dich auch stellen, das verletzt du. Na, für die Credits. Du wirst immer direkt gehatet, wenn du einen vergisst. Mit Ares habe ich zusammen sein erstes Mal Sephiroth gelegt. Oh. Da sind dabei meine Dolce getwappt. War aber auch mein erstes Mal, dass ich den gelegt. Okay, ich muss jetzt irgendwie eine lange Sequenz mir angucken. Das spare ich mir gerade auf, ne? Ja, das habe ich mir auch aufgespart. Danach bekommst du einen echt geiler Mantel und die Puppe und den Song. Ja. Oh. 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 Machen wir jetzt die Stadt? Also ich bin schon soweit. Ne, ich bin auch soweit. Okay. Okay, ich müsste einmal kurz noch mal Pipi und dann bin ich gleich wieder da. Dann würde ich auch noch schnell pissen. Bis gleich. Ach, die Handwerkermarken kann man ja auch dagegen teilen. Die tauschen die blauen, ne? In den Kristallsander. Ja, deswegen sag ich ja, das ist... Ja, der Sand ist easy. So, dann mal nach Frohe Halde. Ein bisschen was craften oder so. War schon mal die letzte machen, was ich craften werde. Werde ich aber hungrig hier. Ich mache jetzt mal Goldsauce und danach gehe ich meine Mokris weitermachen. Ah, die wollte ich noch gar nicht gemacht. Ich habe sie halt schon zweimal gemacht. Das mache ich jetzt drittemal. Oh, das ist jetzt mal. So, ähm, ja, ich mach mir mal eben kurz ein kleines Brot oder so. Bin da da. Bibi. Bibi. Kann ich noch jemanden einladen, ey? Ja klar, ich geb dir lieb. Umso mehr, desto besser. So mehr vertrauenswürdige Personen, so weniger gehören müssen. So, ein Ferkelchen-Minion. Hast du gerade geholt? Nein, das ist mir gedroppt. Soll ich auch mal eben Ferkelzeug tun? Soll ich auch mal eben Ferkelzeug tun? Da müssen aber andere auch noch. Eine ganze Ferkelgruppe. Aber ich bin ja gerade auch schön als Elses unterwegs. Das geht auch. Nefra hat sich immer noch nicht entschieden. Na, wird langsam Zeit. Äh, wen wollt ihr da jetzt noch einladen? Äh, bis jetzt niemanden. Kannst ruhig voll machen, die Gruppe. Ja. Ne, so war das nicht gemein. Nee, anmelden dachte ich nicht. So, Nefra ist dann auf die Wette. Genau. Und ich mache mir fix hier gerade zwei Toast. Äh, muss man schon wieder mit dem Typen reden? Ja. Äh, man muss von viel reden. Ja, da hingehen, der da. Ja. Ich habe mir das alles gelb. Ich meine, wenn man alle drei Monate ein bisschen Content kommt. Ja. Aber. Dann kann man das doch mal machen. Ja. Auf jeden Fall haben wir ja schon den Kick-Vote auf unserer Seite, wenn uns unsere anderen zwei Leute nicht gefallen hat. Immerhin zahle ich viel Gill für meine Game-Time-Zeit. Ach, deswegen hast du letztens gesagt, ja, ich brauche mal wieder eine Game-Time-Card. Nein, ich glaube, die nächste kaufe ich mir selbst. Ich weiß ja nicht, wie viel Geld ich jetzt selbst noch in den neuen Tag habe. Also ja. Ich bin übrigens bei Nidhogg nicht gestorben. Ja, du auch. Ich bin der andere. Äh. Haku, mehrmals. Ja. Nicht nur ich mehrmals. Aber Haku ist nur gestorben, weil er immer irgendein Idiot aus einer Stack-Aoe rausgegangen ist, die dann so zehnmal hintereinander ploppt oder so. Und ich habe auch immer, also ich habe zweimal das Gelb und Mark davon bekommen. Mhm. Und dann noch mit Schwäche-Debuff da drin, ey. Spaß. Ja, das Schöne war bei mir, du hast es den Leuten erklärt, als du gemerkt hast, dieser AOE, den musst du öfters als Gruppe fressen. Und dann siehst du, er ist der AOE, alle laufen weg. Und dann denkst du, das war bei uns auch so. Naja, wir haben es nicht erklärt. Wir sterben einige Leute erst mal. Ja, wir wussten es ja auch nicht. Aber wenn wir den Extreme machen, versuchen wir das auf jeden Fall mal, dass die Person, die den bekommt, stirbt einfach. Dass weniger Schaden reinkommt. Oder? Ich weiß nicht. Ich kann man den ja mit Nidhogg stacken. Ich kann den... Ich... Er freist dem nicht lange, Pipi, ne? Und er weiß, wie viel der Zimmer er durchqueren muss. Der ist bestimmt Kacken, oder was? Das ist Kacken. Das ist Kacken. Im Blenderkreis. Wir bezogen, ey. Irgendwie stellen sich ziemlich viele Leute ziemlich auffällig neben mich. Oh, die wollen ein Teil von dir sein. Ich habe ja das beste Outfit für mich. Den Mantel? Den Pornomantel und die Elvis-Torpe. Okay, wieder da. Kann ich dir gleich angucken. Den melde ich jetzt an. So, ist jetzt zugeglich. Ich hab das F jetzt gar nicht ausgestellt. Wir werden schon keinen Franzosen erwischen. Die gibt's so selten. Alter, hast du das Video schon gesehen? Ich war da eben schon wieder über ne Stunde drin. Du hast vorhin gesagt. Geht grad nicht. Ich bin grad drin. So, nach einer Stunde hab ich zu dir gesagt. Alter, bist du immer noch drin? Nee, schon wieder. Ach, was ist denn mit der Zeit dazwischen? Da kommst du nicht raus aus der Sache, du kleiner Scheißer. Du hattest genug. Ja. Aber dann hast du mich gefragt. Ja. Aber dann hast du mich gefragt. Ich meinte, ich war sofort wieder drin. Und in der Zeit war ich immer noch drin. Ja, wie ist deine Entscheidung gefällt überhaupt anzummelden? Also. Bäm! Gewonnen! Macht dir nix draus als wer. Ja, der ist nicht painter. Der ist ja nicht der Erste. Das Paris macht mir schnell. Ich habe gestern den ganzen beschissenen Tag dabei Election. Yo, BB, Krix. Ja, ich bin immer noch am Besuchten hier. Ich habe jetzt schon so weit alles durchgeforstet. Ja, gut, die Story steht noch ein bisschen wat. Aber auch schon alles hinter mich, also mit Needtalk und sowas. Und mit der Gruppe hier. Und jetzt warten wir noch, dass wir gleich loslegen können hier. Die Stadt der Tränen. Mal gucken, wie das aufjewaar wird. Bis die gleich losgehen dann. Das ist... Ich komme nicht mit Mogris, ey.